Hey Alter, du bist von den Genesis Neuling, man sieht's. Ey, was machst du denn da? Mein Vater hat gesagt, dass man ein Nigger wie dich nicht an mich ranlassen darf. Dein Vater ist selbst ein Nigger. Na und? Die Bitch, du wirst niemals so eine Ellen-Note wie ich. Ich schwöre dich, wir sehen uns wieder. Einen Bayern, dass ich Gamelos Daddy bin. Krass, woher konkret was? Voll krass, wa? Das schafft nur der Gamelos Daddy. Nur der Gamelos Daddy. Was? Was machst du Frisuren durcheinander? Woher mein Gap verwischt? Ey, was glaubst du von krass, mein Gap sei scheiße aus. Ey, du siehst scheiße aus, guck dich mal an. Mir laufen mehr Weiber nachher zu dir. Ich bin auch keine Lesbe. Was ist das nass denn das? Die Musterfache. Mwah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020